Kurze Frage. Bist du geimpft? Nicht, nicht geimpft. Wieso nicht? Seid ihr geimpft? Nein. Stark. Gegen Vaccine? Nicht? Ja? Noch nicht? Wieso? Willst du nicht? Für eine Million Euro? Okay, passt. Wir hätten ein paar Fragen für Biber. Bist du schon geimpft? Ich bin geimpft stolze zweimal sogar. Stolze zweimal. Und ein drittes Mal kommt noch. Mit meinem Applaus. Das müssen wir dann in Effekten extra reintun. Natürlich, ich würde es halt nicht so machen, ja, jeder soll sich halt impfen, wann er will und wie er will und was weiß ich halt so. Aber halt vielleicht, wie gesagt, mit ein paar Gutscheinen oder halt so eine Motivation. Man muss einfach wie diese Kebab-Geschäfte hier machen. Aktion, billiger, billiger, bitteschön, Madame, kommen Sie rein. In Amerika klappt das mit Joints. Mit Joints? Ja. Also die kriegen gratis Weed und sie lassen sich impfen. Aber was sind das für Zielgruppen dann? Kiffer. Du würdest dich jetzt in nächster Zeit nicht impfen? Genau. Du willst gar nicht? Nein. Vielleicht. Okay, was, wenn deine Traumfrau kommt und dir sagt, wenn du dich impfst, können wir heiraten? Ich habe schon heiratet. Ach so? Ja. Okay, dann ist es zu spät. Okay, es kommt noch eine Traumfrau. Haram. Ja, okay, haram. So Leute, danke fürs Zusehen. Mein Name ist Aladin. Das war die Corona-Impfung-Umfrage im 10. Bezirk mit den Ausländern. Die Österreicher wollten uns nicht antworten. Bis zum nächsten Mal. Das Biber Magazin. Peace out. Peace out. Vielen Dank.